Hallo zusammen und willkommen zu einem Giro News. Ist ja schon eine Weile her, das letzte Mal. Kein Bild? Nein? Weil ich hab mir die Haare abgeschnitten und ich muss mich nur dran gewöhnen, wie es aussieht. Ich hatte schon mal ein Testvideo gemacht, aber das war doof. Der Winkel war komisch und... Ja, egal. Heute geht es primär um New World. Das ist ein MMO von Amazon, das rauskommt. Ich erhoffe mir halt, da Amazon ja doch ein bisschen Geld hat, dass da ordentlich was reingebuttert wird und das Spiel schön langlebig wird und schnelle Expansionen kommen und so weiter. Dementsprechend starten wir da morgen früh durch. Ich werde relativ früh aufstehen und versuchen, wach genug zu sein, um dann direkt zum Release losstreamen zu können und vermutlich auch den ganzen Tag überzustreamen. Ich hoffe, meine Nase macht das mit. Die ist gerade ein bisschen wieder am Rumschniefen. Immer noch wegen der Demo-Aktion, was übrigens Friday for Future war. Nichts andersartiges. Okay. Es gab da nur kleine Diskussionen in den Kommentaren. Ja. Seit ich denken kann, bin ich ein Mensch der Wissenschaft. Ich habe mich in Mathematik, Physik, Biologie, Astrophysik, allen möglichen Themen seit jetzt 30 Jahren oder was weitergebildet. Und ich werde garantiert nicht irgendwie unterstützen, dass auch Wissenschaft nicht vertraut wird. Gut. Kommen wir zu positiveren Themen. Also, zurück zu New World, worauf ich mich echt freue. Weil gerade wenn ein neues MMO rauskommt und man von vornherein dabei ist, macht es halt Spaß, wettzueifern und halt von vornherein dabei zu sein. Aber wenn man jetzt heutzutage irgendwo dazukommt, dann haben die alle schon 30 Millionen Achievements und Supergear und was weiß ich. Außer sowas wie bei WoW. Da ist es vollkommen egal, wann man spielt, weil man innerhalb von zwei Wochen eh alles hat. Und dann nur noch zweimal die Wallraiden geht. Ja, also da freue ich mich drauf. Wir sind auf Utgard. Das ist ein deutscher Server. Ich werde das auch nicht kurzfristig noch ändern, je nachdem, wo viel los ist oder nicht, weil schon zu vielen Leuten Bescheid gesagt wurde über Discord, WhatsApp und ähnlichen Sachen. Da bleiben wir also bei. Wenn ihr mitmachen wollt, kein Problem. Es gibt keine Verpflichtungen und auch so gut wie gar keinen Druck, weil es ist halt nicht wie bei Wurm, wo jeder mit anpacken muss, um irgendwas zu schaffen. Sondern man macht halt primär sein eigenes Ding. Und dann gibt es ab und an Raids oder eben PvP-Events, sowas in der Richtung. Also ganz entspannt und jeder kann für sich machen, was er will. Seid ihr also gerne dazu eingeladen. Es wird entsprechend keine regulären Streams von mir geben, in der Zeit, wo ich das durchpower. Weil ich würde nicht noch umstellen, wenn es gerade spannend wird oder ähnliches. Das Let's Test am Donnerstag, da muss ich dann vielleicht gucken, ob ich das mache, aber das weiß ich auch noch nicht. Die regulären Let's Play Projekte, also die Nicht-Stream-Projekte, das wären dann XCOM und Codewain, die laufen weiter regulär durch. Und ich habe auch nicht bisher vor, irgendwas Neues dazu zu nehmen. Auch wenn es recht viele gute Kandidaten gerade gibt. Richtung Jake Alliance 2 Stier zum Beispiel. Ja, also dass ihr da schon Bescheid wisst, was das angeht. Genug Content allgemein gibt es ja. Ich hoffe, euch wird New World gefallen, weil davon wird sehr viel kommen. Also nicht überrascht sein, wenn da eure Startseite ein wenig überflutet wird. Aber ich versuche dann, die Stream-Mitschnitte einigermaßen groß zu halten, dass es halt nicht zu viele Videos werden auf YouTube. Ja. Sonst, was den Artikel angeht, vielen, vielen Dank an diejenigen, die mir geholfen haben. Ich hatte die Ehre, und das hat sich echt so angefühlt, bei einem, also nicht bei einem mitzumachen, sondern ich durfte einen CT-Artikel schreiben für die Zeitschrift. Da war ich echt baff. Weil die Person hat halt ein Video von mir gesehen zu Twine. Das ist ein Tool, um textbasierende Spiele zu bauen quasi. Also mit einer HTML-Hintergrundgeschichte und so weiter. Aber ich habe halt noch nie professionelle Artikel geschrieben. Ich bin Schreiberling, ja, aber ich schreibe primär für mich selbst. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Weswegen die Grammatik nicht die beste ist. Und da es halt keiner außer mir liest, verschärfen sich die Fehler noch umso mehr. Deswegen war ich sehr dankbar über die Beta-Leser, die mir auch teilweise Denkanstöße gegeben haben, was ich noch anders machen könnte und so weiter. Das ist jetzt schon mehrmals hin und her gegangen. Auch noch von der CT-Mitte zurück, was ich noch anders machen könnte und so weiter. Und das war eine super Erfahrung. Also das Ganze mal professionell aufzuziehen und auf was man alles achten muss und was man nicht verwenden darf und Isonorm und hier und da. Das war echt Hammer. Auch wie sehr ich mich da reingekniet habe. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung, wann es gedruckt wird oder ob es überhaupt gedruckt wird. Aber es sieht eigentlich gut danach aus. Ich sage dann auf jeden Fall noch Bescheid, dass ihr die alle schön kaufen könnt. Und da steht dann hoffentlich von Gerugon und nicht mein, mein toter Name quasi. Nein, also mein Real-Life-Name. Aber es ist heutzutage für mich schon sehr kurios, wenn Leute mich mit meinem richtigen Namen ansprechen. Gibt auch ein, zwei Leute in den Kommentaren, die mich immer mit Elias ansprechen, nicht unbedingt machen. Das passt nicht so sehr. Gero oder Ash, das passt schon besser. Ja, aber es wäre halt schön, wenn es ausgedruckt werden würde. Aber selbst wenn es nicht klappt, allein euer Feedback zu bekommen, weil es haben sich so viele Leute für mich gefreut. Das hat mir echt Energie gegeben. Das war echt toll. Und allein die Erfahrung, das mal gemacht zu haben, ist super. Weil ich stolper öfters in solche Sachen rein. Auch diese Synchronsprechersache mit Curry oder von Ubisoft damals, als ich da reingeflogen wurde. Oder ich habe auch in der Schule als quasi Lehrer gearbeitet, ohne dass mein Studium schon abgeschlossen war. Weil ich habe ja Mathe, Bio und indirekt dann auch Erziehungswissenschaften auf Lehramt an Gymnasien studiert, für vier Semester. Aber da durfte ich dann, fernab vom Studium, was hat überhaupt nichts damit zu tun, konnte ich dann an der Grundschule die Nachmittagsbetreuung machen für ein halbes Jahr und einen Schachkurs leiten und einen Naturwissenschaftskurs und Erzählgründe und all solche Sachen. Obwohl ich keine Erfahrung daran hatte. Und es war halt so ein Sprung ins kalte Wasser. Und genau das gleiche war es auch jetzt bei dem Artikel oder bei dem Synchronsprecherding. Weil ich dachte, okay, bei dem Synchronsprecherding, ja. Also das ist Curry. Die Curry-Geschichte, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich habe da die Werbespots eingesprochen. Da dachte ich mir auch, okay, ich kriege ein Skript. Ich lese das ein, zwei Mal vor und gut ist. Aber nein. Es war ein bisschen mehr als das. Und noch den Druck obendrauf, dass halt ein richtig professioneller Synchronsprecher, den jeder auf jeden Fall schon mal gehört hat, aber der Name fällt mir gerade nicht ein, das es vorher vorgemacht hatte. Und deswegen war es halt noch ein bisschen mehr Druck. und es hat mir gezeigt, dass auch Leute, die super gut in einem Feld sind, außerhalb von diesem Feld nicht sehr bekannt waren. Weil ich habe den Typen dann gegoogelt und die ganzen Rollen habe ich definitiv wiedererkannt. Also für verschiedene Werbespots im Fernsehen und im Radio und bei Film, für die Sekundationen und so weiter. Aber der Typ selber sagt mir gar nichts. Und deswegen hoffe ich halt auch, dass bei CT mein Künstlernamen benutzt wird. Also einer von meinen. Und nicht meinen Real-Life-Name. Weil ich will ja schon, dass Gerogon ein bisschen bekannter wird, damit ich auch hoffentlich weiter davon leben kann. Ja. Aber ich schweife ab. Ich merke das schon. Wird viel zu lang. Ich hoffe, man sieht sich bei New World. Da werde ich dann wahrscheinlich für die Gerogons Garde starten. Charakter ist nur einer pro Server. Wir werden vermutlich, also zu 95 Prozent, die Fraktion Syndicate nehmen. Das sind die Lila-Jungs und Mädels. Weil es Lila ist. Außerdem sind die cool. Und ich hoffe, dann macht ihr mit. Oder guckt zu. Oder wie auch immer. Und sonst habt ihr ja noch die 13.000 anderen Videos. Ja. Dann genießt das Wetter noch, solange es gut ist. Und man sieht sich entweder da oder bei meinen Projekten. Bye, bye. Dawnstrahl. consulere. Untertitel 2021 Promotion in und